Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play KingMaths 358 over today. Der zweite Luftmeister müsste sich irgendwo hier befinden. Irgendwo. Aber ein Aether wäre man sehr nett. Habe ich einen Clash? Nein, habe ich nicht. Aber egal, dann müssen wir jetzt hier erstmal die Luft... Da ist er, schrungen. Das große ist immer der Luftmeister. Oh nein! Wirst du. Da ist er. Mann, der muss kämpfen. Autsch! Wow, der mit deinem Limit. Ja, mich heizen, aber... Nein, ich sterbe nicht. Bäm. Y. Ihr geht mir auf die Nerven. Bäm. Ja, dann müssen wir sich auch heilen, ne? Wow, wann heilst du dich spät? Egal. Kann man nicht mehr tun. Der nächste müsste irgendwo hier sein. Der nächste müsste irgendwo hier sein. Aber wo war das nochmal? Da. Ziel gesichtet. Hey. Wo dahin? Der Luftmeister. Au. Tut doch weh. Au. Ja, nimm doch einmal den unteren Bildschirm auf. Kack, Emulator. Oh, du gestern. Yes, du. Schass, Luftmeister als Gegner. Einfach nur. Au. Ja, genug. Genau, der Mick. Das war gut. Was ist jetzt mal etwas gut? Dann habe ich zum richtigen Angriff. Zauber. Ich brauche nicht Potion. Wo ist der letzte? Der müsste auch hier irgendwo auf die Gap. Ihr geht sterben. Das könnt ihr euch versichern. Komm her. Bam. Nee, ich glaube, der war nicht mehr hier. Der war woanders. Aber wo genau? In dem Zügeglück nur eine Sekunde in unserem Bildschirm. Und dann auf, wenn der Kostar rüber zwitscht. Nee, der kann man gar nicht schlagen, hä? Ist der vielleicht da? Nee, da ist ja unser schweizdunkles Portal. Da kann er nicht sein. Da ist er doch da, wo ich vermute. Doch, irgendwo hier draußen muss er sein. Doch, wo da? Lass da ein Acer drin sein. Ich brauche wieder Magie. Puh. Ist hier alles. Alles aber auch. Nur keine Acer. Oh, man. Huh? Wo ist der schallarote Tango? Die schallaroten Toten-Tangos. Die einen ziemlich auf die Nerven gehen können. Besonders wenn wir gegen einen Luftmeister kämpfen. Bam. Huwa, huwa, bam. Was kann ich hier suchen, ey? Sowas hasse ich, ja. Da ist er ja schon. Geil! Brun! Boah, du... Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich hatte euch bis eben noch getötet. Und jetzt taucht ihr einfach da wieder auf, oder was? Ja, jetzt könnt ihr direkt sterben gehen. Ich habe keinen Nerv auf euch. Ich will nur den Luftmeister nur noch töten. Das ganze Knicken, ich verteidige. Bam. Boah. Das ging jetzt mal schnell. Ha, endlich Rückkehr erlaubt. Ich hasse diese Mission, weil Demix dabei ist. Demix ist mein Hassgegner in Kinemats 2. Einer meiner Hassgegner. Wolltest du wieder auf den unteren springen? Soll ich dich hauen, Emulator? Ja, genau. Du bleibst mit dem Frameweight oben, sonst haue ich dich. Und das ist mein Ernst. Das bin ich da draußen so? Das hasse ich ja, ne? Wenn mal irgendwelche Störungen hier. Na, ich freu jetzt durch. Ich habe 506 Herzpunkte, was will ich mehr? Düm, 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 düm. Oh man Funktioniert das Schlüsselschwert noch? Ja, jetzt ist alles gut Sehr schön Das verdanke ich alles dir und Achsel Isst dein Eis, bevor es schmilzt Ha, sieh die Achsel an, er ist ganz rot Klappe Oh, mal zwei, wir haben Vita, zweimal Geil Geheimnisse, Tag 117 Schon mal was von Amt klopfen gehört Nein, habe ich nicht, sag mir, was Shion so getan hat Woher soll ich das wissen, ich spioniere ihr doch nicht nach Aber ihr beiden steht euch sehr nah Und dessen soll ich jetzt meine Freunde verraten Raus aus meinem Zimmermann Du und Shion werdet die nächste Mission gemeinsam ausführen Zu Befehl, vielen Dank und um mir das zu sagen Statt, dass du mir einen persönlichen Besuch hab Wir müssen zurück zum Schloss des Entfalz Wir oder du Wir haben noch nicht alle Geheimnisse des Schlosses herausgefunden Und an einem ist Lord Sam das besonders interessiert Du meinst die Kammer Wir haben dort alles auf den Kopf gestellt Während es sie gibt Reicht es nicht, um sich umzusehen Hm Dann lass mir dir einen weiteren Anreiz geben Namine ist nicht die einzige, deren Anfänger im Schloss des Entfalz liegen Shion auch Was? Zwei deiner liebsten Personen Denkst du immer noch, einen weiteren Besuch wäre reine Zeitverschwendung? Wie auch immer Du bist derjenige, der will, dass ich gehe Versuchst nicht erstens alles gefallen zu verkaufen Hm Lass mich raten Die Kammer wird dir alles über Sam das wahre Ziel erraten Geht es darum Die Kammer der Ruhe und ihre Gegenspiel Die Kammer des Erwachens Sam das verheimlicht uns etwas Und die fehlende Kammer Die Kammer des Erwachens Sie enthält alle Antworten Wir brauchen diese Antworten, um die Oberhand zu gewinnen Für unsere eigenen Ziele Hm Pass auf, ich wusste, dass Wechsel und Stichsion im Weg stehen würden Deshalb weinen sie nicht mehr unter uns Habe ich mich jemals über die Drecksarbeit beklagt? Hm Ja Ich habe dir den Weg zur Spitze freigemacht Soll mir nur eingefallen und komm auf deinem Weg nach oben nicht ins Stolpern Popopont Eine Eins-Missionen-Schöße des-des-des-des-ins-Falls Erwartet deine Befehle in Kürze Oh Na, Meneer und Chion Hey Mann, du hast deine Freunde verpasst Team Axel ist schon los Team Axel Ja, Aya und Chion sind heute gemeinsam unterwegs Sie müssen also nur halb so hart arbeiten Unfair Heute arbeiten wir zusammen Tiger Nenn mich nicht Tiger Ha, gefällt dir kleiner besser Oder bist du sauer, dass Chess hier den besten Spitznamen hat? Vergesst es Heute werden wir zusammen eine neue Welt erforschen Packt deine Sachen Tiger und los geht's Neue Trinkprozess Will ich neu ran? So ist ja geil Bis in deine Neuwerden Öpöpöpöpöp Neuwerfen Ich will mit dir reden Ich wollte mit dir reden Ich versuch's mal, Kupo Okay Schmieden Flinkheitsmode plus Ja, komm schon Geh sterben Stufe plus Rucksack Erstmal gucken, wie toll so ein neues Schwert ist Ähm Flinkheitsmode Kaufen wir uns den Fernvisierer brauchen wir nicht Magiestube 2 auch nicht Feldfreigeber Schmieden Wow Flinkheitsmode plus Oh mein Gott Okay Dann würde ich sagen Ich bende jetzt hier den Pass was früher Und rüste dann mir das alles aus Und dann würde ich sagen Wir machen den nächsten Pass dann hier mit Der nächste Mission von Mit Sieg bei weiter Also dann bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Vielen Dank.